Für alle ist Weihnachten jetzt völlig anders, natürlich. Aber auf der anderen Seite, statt dann zu schweigen, dürfen wir immer noch singen. Und deswegen finde ich, dass dieses kleine Programm, das wir zusammengefasst haben, ist quasi wie ein Andacht, quasi wie ein Konzert. Es ist eine Möglichkeit, Weihnachtslieder zu teilen, die auch Konzertstücke sind. Es gibt so viele tolle Stücke, die von zeitgenöschten Komponisten und auch früher im 20. Jahrhundert in England geschrieben wurden. Zum Beispiel von Jonathan Dove, von Judith Weir, von James Mellon. Es gibt verschiedene Komponisten, die sehr fleißig sind bei Weihnachten. Und die Stücke sind hier überhaupt nicht bekannt. Und deswegen ist es ein kleines Weihnachtsgeschenk für unsere Zuhörer vielleicht etwas Neues zu entdecken. 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 Zuhörer vielleicht etwas Neues zu entdecken.